Jetzt möchte ich ziemlich knackig euch die 13 Vorstände sich jetzt dieser großen Endausscheidung stellen mit einer kleinen Pause dazwischen einem sehr interessanten musikalischen Gast. Ich will nicht allzu viel erzählen über die Kolleginnen und Kollegen, denn das soll nicht hinausgezögert werden. Wir wollen ziemlich straight jetzt, wie man so schön sagt, im neuen Deutsch durchziehen und 13 Interpreten ganz dicht beurteilen können, wer gefällt uns sehr, sehr gut, wer gefällt uns am besten. Es ist niemals leicht, der Erste zu sein, aber sie hat Startplatz Nummer 1. Sie singt von den Glocken von Ruhm. Ein herzliches Willkommen an Regina Schneider. Applaus Musik 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 Und niemand konnte sie zerstören. Sie waren nicht zu überhören, die Glocke von uns. Wen die Stunden schlägt, macht die Welt bewegt, sie erzählen da sein. Doch es ist unser Glück, nur ein altes Weg für die Glocke von uns. Vier Stunden lang alle nur ganz schnell, die im Leben ausstuh'n. Doch der Glocke von uns lang hat von Anfang an unser Leben gelacht. An einem Tag noch fahrt man heute, da werden alle noch kein weiter. Und jeder Tod ist ganz verschieden. Sie klingen, als würde ich wieder, die Glocke von uns. Die Glocke von uns. Bravo! Wuhuu! Wuhuu! Glocke von uns. Danke schön! Noch mal Ihr Applaus, Regina Steiner! Ja! Ja! Vielen Dank.